Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Herausforderung Jesus. Wir machen wieder das Johannesevangelium auf und tauchen ein in die Welt, die uns Johannes, der Evangelist, vor Augen malt. Da war ein Mann, vielleicht saß er auch auf sowas ähnlichem wie eine Bank in der Natur in Jerusalem und vielleicht hat er sich auch in die Schriftrollen vertieft, so wie wir uns jetzt in die Bibel vertiefen und nachgedacht. Er hat gegrübelt, er hat gegraben und sich wirklich die Frage gestellt, Was sind das alles für Ereignisse, die sich in der letzten Zeit zugetragen haben? Was ist passiert bisher? Wir sind reingegangen ins Johannesevangelium ganz am Anfang und haben in diesen Tiefen gegraben, dieses Wort hier ganz am Anfang gehört. Da war das Wort am Anfang, im Anfang und es war bei Gott und es war sogar selber Gott. Wir haben uns überlegt, was kann das bedeuten? Und der Evangelist Johannes, der wird immer herausfordernder und löst es auf in Vers 14 von Kapitel 1 und sagt, ja, das Wort wurde sogar Fleisch. Es ist einer von ihnen geworden, einer von uns, echtes Fleisch zum Anfassen. Und dann haben wir weitergemacht und geschaut, dass Johannes der Täufer sagt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn genauso angefasst, ich habe ihn sogar getauft. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Aber dann hat der Geist Gottes zu mir gesagt, der, den du taufst, der, der ist es, der, der sogar vor dir da war, Johannes. Und er hat es bekannt und hat gesagt, obwohl er nach mir kommt, war er schon vor mir da. Und zum Schluss sagt er dann in seinem Bekenntnis, das ist sogar, ja, das ist sogar Gott selbst. Er nennt ihn Sohn Gottes. Und dann haben wir gesehen, wie dieser Sohn Gottes die ersten Jünger abholt, wie er ihnen begegnet, den ersten Menschen und wie die alle erstaunt sind. Er erzählt Simon Petrus seine Zukunft und Simon Petrus fällt die Kinnlade runter und er denkt, woher weiß der, was in meiner Zukunft passiert? Und Nathanael fällt die Kinnlade runter, weil er ihm seine Vergangenheit erzählt. Und er denkt, was ist das für ein Mensch, der schaut in meine Seele rein, und er kennt, was ich gemacht habe und was ich gedacht habe, meine Motive. Und dann nimmt er sie mit auf eine Reise und feiert ein Megafest, um uns zu zeigen, wenn ihr an mir dran seid, dann habt ihr echt Grund zu feiern. Die Hochzeit zu Kana. Und er macht Wasser zu Traubensaft und weist sogar darauf die Heilsgeschichte hin. All das können Sie nachsehen, wenn Sie eine Sendung verpasst haben. Gehen Sie einfach in die Mediathek und gehen Sie rein. Jede Episode lohnt sich. Und dann geht es weiter. Dann geht er sogar auf das Passafest oder nahe das Passafest nach Jerusalem. Und man könnte denken, vielleicht wird es ruhiger, aber es wird auch da nicht ruhiger, sondern jetzt leistet sie sich wirklich ein heftiges Stück. Jetzt schmeißt er sogar die Leute aus dem Tempel raus. Und könnte man sagen, er stört massiv den Gottesdienst. Und er stört sogar die Autoritäten, die da sind. Und er sagt sogar, was dem Ganzen irgendwie die Krone aufsetzt, der Tempel und all das ist das Haus seines Vaters. Und die Leute sagen, was bist du? Stellt sich da nicht die Frage, wer ist dieser Mann eigentlich? Und vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, hat sich dieser Mann, um den es heute geht, diese Fragen gestellt. Vielleicht auf Steinen oder auf seiner Art Parkbank, wie wir gerade gesagt haben, saß er und hat jetzt echt gegrübelt. Wer ist dieser Mann, der sogar in Jerusalem für Furore sorgt? Er fasste einen Entschluss. Dieser Mann fasste einen Entschluss und er sagt sich, wenn die Sonne untergeht, langsam, am Abend, heute, werde ich es machen. Ich werde es machen. Auch wenn vielleicht manche denken, bist du verrückt, wenn das rauskommt? Ich werde es machen. Johannes Kapitel 3. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Wir müssen wieder langsam lesen, weil da sind wirklich wieder viele Sachen drin. aus den Pharisäern. Wo hat Johannes zum ersten Mal das Wort Pharisäer verwendet? In Kapitel 1, Vers 24. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern und sie fragten ihn wen, nämlich Johannes den Täufer, und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Kann es sein, dass dieser Nikodemus hier vielleicht sogar mit bei den Abgesandten war oder mit Leute hingesendet hat zu Johannes dem Täufer, weil ihn doch schon bei Johannes dem Täufer interessiert hat. Was ist denn Johannes der Täufer eigentlich? Und jetzt hat er mitgekriegt, wahrscheinlich, dass Johannes der Täufer auf diesen eigenartigen Mann da aus Nazareth hinweist und jetzt macht er richtig Action im Tempel? Wer ist das? Dieser Pharisäer mit Namen Nikodemus, was heißt Führer des Volkes, also schon der Name deutet an, dass er jemanden ist, der die Menschen auch führen möchte, der was zu sagen hat. Ein Oberster der Juden, wahrscheinlich war er Mitglied des Sanhedrins, des Hohen Rates. Auf die Stimme dieser Männer hat man wirklich gehört. Und Nikodemus, und das wäre ihm absolut zuzurechnen, der sagt sich, bevor ich jemanden verurteile, auch diesen Mann da aus Nazareth, mache ich mir doch selber ein Bild. Und so entschließt er sich und macht sich auf und besucht diesen eigenartigen Mann. Es heißt, dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Vielleicht, dass es so schon langsam Nacht geworden ist, ist nicht nur ein Hinweis eben auf die Zeit, sondern vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass es noch dunkel war in seiner Seele, dunkel war um ihn herum, was seine Erkenntnis angeht. Er wusste eben noch nicht, wer ist dieser Mann aus Nazareth wirklich? Wird es hell werden in dieser Nacht? Wird er zur Erkenntnis kommen? Das ist die Frage. Und Johannes, der Evangelist, macht es spannend und zeichnet hier weiter dieses Bild. Er kommt zu ihm eben bei Nacht und spricht ihn an, spricht Jesus an mit Rabbi, also mein Lehrer auf Aramäisch. Wir wissen, dass du eben ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Auf was für Zeichen bezieht er sich? Was für Zeichen nennt uns Johannes? Ein absoluter Hinweis ist das große Zeichen bei der Hochzeit zu Kana, die Verwandlung von Wasser in Traubensaft, in Wein, oder aber auch, es wird hier genannt, nach dem großen, starken Auftritt im Jerusalemer Tempelbezirk, dass es hier heißt, die Menschen haben auch sich die Frage gestellt, wer ist es und manche glaubten aufgrund der Zeichen. Was ist das für ein Mann, der hier irgendwo wissen möchte, wer dieser Jesus ist, noch nicht wirklich zum Glauben gekommen ist? Vielleicht ist er einer dieser Leute, wie wir in der letzten Episode gesehen haben, Menschen, die so ihren Glauben gründen auf äußerlichen Dingen, die sie wahrnehmen. Vielleicht ist Nicodemus da auch noch, dass er sagt, naja, man kann es nicht von der Hand leugnen, dass dieser Mann echt Kraft hat, echt Macht hat, aber ist er wirklich das, was Johannes, der Täufer, sagt? Ist er wirklich Gott? Er muss mit sich gerungen haben. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich denke, in dem Moment, was reden die so aneinander vorbei? Jesus, warum gehst du nicht irgendwie auf seine Bedürfnisse ein? Warum stellst du ihm jetzt irgendwie hier so eine Frage, die man sagen könnte, so ein bisschen fehl am Platz ist? Aber Johannes, der Evangelist, der verwebt die Sachen wirklich richtig kunstvoll und schön. Er deutet schon in der vorigen Passage an, dass Jesus sich nicht den Leuten hingibt und sich den Menschen anvertraut und irgendwie so eine Art ins Betteln kommt, so bitte glaubt doch an mich, bitte erkennt doch, dass ich von Gott gekommen bin, weil er weiß, was in den Menschen ist. Das haben wir auch schon gesehen. Bei Petrus, bei Nathaniel, er weiß es. Und er weiß auch, was in ihnen ist, er weiß auch, was in mir ist, er weiß, was in Nikodemus ist und deswegen stellt er ihm genau diese Frage. Und zwar, weißt du, Nikodemus, ich glaube, du möchtest eigentlich Gott sehen, du möchtest in sein Reich, du möchtest vordringen in diese göttliche Sphäre, was viele Menschen wollen, Gott erleben, endlich mal sicher wissen wollen, dass da Gott ist, dass da Gott in meinem Leben ist, dass es ihn sogar gibt. Er möchte in die Sphäre vordringen und Gott sagt zu ihm, das ist eigentlich dein Bedürfnis, du möchtest Gott wirklich erkennen, aber ich sag's dir, du kannst ihn nicht sehen, du kannst das Reich Gottes nicht sehen, es sei denn, du wirst von Neuem oder wie man den Text auch übersetzen kann, von oben geboren. Was bedeutet das? Und jetzt ging es sicherlich in Nikodemus ab. Was meint dieser Rabbi? Ich muss von oben geboren werden, um ins Reich Gottes zu kommen. Nikodemus spricht zu ihm, man hört förmlich diese Verwunderung, auch hier im Text, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Er stellt sich absolutes Plastisch vor. Wie soll das funktionieren? Als erwachsener Mensch kann man doch nicht wieder in den Mutterleib gehen. Vielleicht will er auch Jesus ein Stück weit ablenken und irgendwie intervenieren, weil er irgendwie merkt, der packt da Sachen aus, der redet da von oben und vom Reich Gottes und hat mich fast schon so ein bisschen ertappt. Vielleicht muss ich auch ein bisschen ablenken. Wir wissen es nicht genau. Aber Jesus bleibt ganz ruhig und sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Er macht es nochmal. Jesus nimmt nochmal dieselbe Formulierung auf. Er sagt, es geht ums Reich Gottes. Vorher hat er gesagt, du kannst es nicht sehen. Jetzt sagt er, du kannst nicht hineingehen. Vorher sagt er, es muss von oben kommen. Jetzt sagt er, ein bisschen spezifischer, es muss geschehen durch Wasser und durch Geist. Was? Was meint er? Und Nicodemus hat wahrscheinlich gegrübelt. Was will mir jetzt Jesus sagen, Wasser und Geist? Ich als Rabbi, ich als Gelehrter, der ich auch ein Pharisäer bin, wo Leute auch zu mir Rabbi sagen, Wasser und Geist, Geist Gottes, das sind oft Themen in der Heiligen Schrift, in der Tora, in den Schriften der Propheten, die verwendet werden. Also möchte Jesus hier ganz stark auf den Geist Gottes zu sprechen kommen? Oder was ist sein Anliegen? Vielleicht klingelt auch bei ihm die Glocke und er denkt jetzt unmissverständlich an Johannes den Täufer, der ja gesagt hat in Vers 33, ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat mit Wasser, Wasser zu taufen. Der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Johannes selber hat Wasser und Geist ganz eng miteinander verquickt und hat gesagt, ich taufe in Vorbereitung auf den, der von oben kommt, taufe ich mit Wasser, damit ihr vorbereitet seid, ihn zu empfangen, reingewaschen von euren Motiven, alles beiseite legt, was euch, die Vorurteile, die ihr vielleicht auch habt, damit ihr offen seid für den, der wirklich euch von Gott, von oben, was schenken kann. Vielleicht klingelt das auch bei Nicodemus und er denkt sich, Mensch, Mensch, ist das so? Muss ich mich jetzt irgendwie taufen lassen mit der Taufe von Johannes? Aber ich bin doch Pharisäer, ich bin doch auch Jude, ich bin Hebräer, ich bin per Abstammung beim Volk dabei. Ich muss mich doch nicht taufen lassen, wie Menschen, die außerhalb des Volkes Israel zum Volk Israel dazugehören wollen, weil die mussten sich eigentlich taufen lassen, die sogenannten Proselyten, aber ich doch nicht, will Jesus das sagen? Ich muss mich doch auch irgendwie nicht bekehren und umdrehen, so wie es Johannes der Täufer sagt, muss ich über mich selbst nachdenken. Und er hat sich wahrscheinlich schon in Frage gesetzt, gefühlt. Und Jesus, Jesus macht weiter. Er verdeutlicht, weißt du, Nicodemus, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Er sagt zu ihm, Nicodemus, weißt du, das, was wir selber sind, das sind wir selber eben, Mensch, Fleisch, aber was aus dem Geist geboren ist, das ist eben Geist. Und das ist eben der Unterschied. Bist du von hier oder bist du von dem, der den Geist schenken kann? Und Nicodemus schüttelt sich wahrscheinlich innerlich und denkt sich, es wird, es wird intensiv. Habe ich nicht auch irgendwo den Geist Gottes als Pharisäer? Glaube ich das nicht irgendwo? Habe ich ihn jetzt plötzlich irgendwie nicht? Muss ich irgendwie umdenken? Muss Gottes Geist in mir irgendwas bewirken? Was, was meint dieser Mann, der vor mir steht? Und vielleicht schaut er ihm tief in die Augen und versucht zu ergründen, wer bist du? Habe ich ihn nicht und versucht zu ergründen, Habe ich ihn nicht Habe ich ihn nicht und versucht, Jesus hat Nicodemus wahrscheinlich genauso intensiv angeschaut. Und er sagt ihm nochmal, wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Er verwendet eine Illustration, um Nicodemus weiterzubringen, um ihn weiter nachspüren zu lassen. Was bedeutet das, wenn man von oben geboren wird, wenn man von Neuem geboren wird? Es hat mit dem Geist Gottes zu tun. Und so wie man nicht weiß, wenn der Wind eben weht, wenn er die Blätter bewegt, wenn er die Äste bewegt, so wie man eben nicht genau weiß, woher kommt er jetzt wirklich, aus welcher Richtung, woher kommt die Windböe. Man sieht aber die Auswirkungen. Es ist unsichtbares Wirken, aber man sieht die Auswirkungen. Und ist es nicht genau so, dass das am Menschen erkennbar ist, wenn jemand sagt, er glaubt an Gott? Vielleicht hat es sie selber so getroffen durch den Geist Gottes. Vielleicht ist ihr Leben durch den Geist Gottes so bewegt worden, dass sie wirklich zu den Menschen gehört haben, die früher gesagt haben, ich kann mit Gott nicht wirklich was anfangen. Das ist mir alles fremd, das ist auch komisch, ich habe da auch so viele Fragen. Und plötzlich haben sie ihn erlebt. Und heute können sie sagen aus der Rückschau, es war tatsächlich der Geist Gottes, der mein Leben bewegt hat. Und wo ich jetzt sagen muss, es gibt ihn wirklich. Und Paulus macht es so im Neuen Testament. Es gibt diesen Bibelfers, wo er auch sagt, es ist ganz klar, dass der natürliche Mensch nichts vernehmen kann von Gott. Es muss ihm durch den Geist geschenkt werden. Und das ist genau das, von dem Jesus hier redet. Wenn Sie vielleicht zu den Menschen gehören, die jetzt fast abschalten wollen und denken, nee, Jesus, damit kann ich nichts anfangen, nächster Kanal hier beim Durchseppen auf HUB TV, dann schalten Sie nicht ab. Weil es ist genau das, was Gott durch seinen Geist tun kann. Obwohl man vorher denkt, man kann vielleicht Gott nicht wirklich begreifen, nicht nachvollziehen, kann Gott was im Menschen geben, was verändern, wo man plötzlich merkt, es gibt ihn doch. Und ich wünsche ihm dieses Erlebnis. Nikodemus muss getroffen gewesen sein. Er fragt, wie kann dies geschehen? Er ist förmlich für mich so ein kleiner Junge, der jetzt so die Frage raushaut und nicht mehr so der große Lehrer irgendwo ist, der vielleicht so ein bisschen mit Jesus sich auch messen möchte, sondern er fragt jetzt für mich fast so wie so ein kleiner Junge, ja, wie kann das eigentlich geschehen, dass wirklich der Geist Gottes mich so kraftvoll berührt? Jesus sagt zu ihm, Nikodemus, du bist der Lehrer Israels, du müsstest es eigentlich wissen, überleg doch mal. Und vielleicht sind auch in dem Nikodemus so Bilder aufgestiegen. Ja, da gibt es Hesekiel, da gibt es Hesekiel in den 30er Kapiteln, 34, 35, 36, 37 bis dann ans Ende. Da wird geredet vom Wasser, vom Geist, der auf die Menschen gesprengt wird, auf das Volk Israel gesprengt wird, das wieder zurückkommt aus dem babylonischen Exil nach Israel. Und die Propheten weisen darauf hin, Hesekiel weist darauf hin, dass er sagt, Gott wird euch dann reinigen, Gott wird einen neuen Geist in euch geben. Und ihr werdet verstehen, was Gott möchte. Und in diesen weiteren Versen in Hesekiel wird dann auch vom Messias geredet. Der Messias wird kommen und wird sein Volk weiden als Hirte. Er wird es regieren, der Nachkomme Davids. Ganz am Ende dann sagt Hesekiel, es wird sogar ein neuer Tempel gebaut werden. Und die Hebräer, die haben das geglaubt in ihren Traditionen. Ja, bevor der Messias kommt oder wenn er dann kommt, wird er auch den Tempel irgendwie zerstören und wird einen neuen Tempel bauen. Sodass dann wahrscheinlich das alles eintrifft, was Hesekiel geschrieben hat. Und bestimmt hat es bei Nikodemus gerattert und er hat gedacht, ja, da heute, heute noch, heute Morgen war das doch, wo Jesus so krass gewirkt hat im Tempel. Wo er fast schon darauf hindeutet und sagt, ja brech doch diesen Tempel ab und ich baue ihn in drei Tagen auf. In drei Tagen. Kann es wirklich sein, dass er, nee, ich will es fast nicht über meine Lippen bringen, ich will es auch nicht mal denken, kann es wirklich sein, dass er dieser Messias ist? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, Nikodemus, und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis, nehmt ihn nicht an. Und jetzt, jetzt muss es ihn wieder getroffen haben. Ja, meinst du wirklich wir? Wahrscheinlich meinst du den Täufer, gell? Und du selber, Jesus, ja klar, ihr habt die ganze Zeit geredet von da oben und dass Dinge geschehen müssen, dass man sich taufen lassen soll im Wasser, neu denken soll, damit der Geist Gottes einen füllen kann. Meinst du wirklich, dass das so ist? Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und Jesus, Jesus sagt ihm, Nikodemus, hör zu. Oh, weißt du, wenn du mir schon jetzt das nicht glaubst, was ich dir jetzt sage, das ist fast so, als ob das eigentlich die Basics sind, das sind die Grundlagen, das ist wie das Irdische. Es ist doch ganz klar, dass Gottes Geist, Gott den Menschen berühren muss, damit er glauben kann. Wenn du damit aber schon Schwierigkeiten hast, wie wirst du dann jetzt Schwierigkeiten haben, wenn ich vom Himmel rede, aus dem ich gekommen bin? Wollen auch Sie wiedergeboren werden? Seien Sie nächstes Mal dabei, wenn wir diese Frage weiter erörtern. Wir müssen jetzt aber Gute dich aufsch dalam berühm price. Japanese Reife Eine Information und Universum Vielen Dank.